Herzlich willkommen zur zweiten Partie der Graz 99ers gegen die Spuso-Mijana-Kärtels. 1 zu 0 steht es in der Serie in der ersten Bank-Eishockey-Liga und Graz konnte die Partie 1 mit 4 zu 1 am Ende für sich entscheiden. Das war eine Partie, die lange wirklich sehr, sehr gut gestaltet war von beiden Teams. Graz kam ein bisschen besser in die Offensive rein, die Abschlüsse waren zielgerichtet da und am Ende ging das völlig in Ordnung. Dieser 4 zu 1 Sieg der Graz 99ers heute will, heute muss Wien den Ausgleich erzielen und sie gehen körperlich von Beginn an richtig hart ran. Wir haben es gerade gesehen, der hatte Cech und Sapolsky, der Keeper seitens der Vienna-Kärtels zusammen mit Bernhard Starkbaum, das Duo der Wiener. Modera, Hilling und Kohlberg in der Offensive bei den 99ers. und das ist die Partie, der getrend habe, das hier in Graz ist. Wie ihn heute von Beginn an wirklich fokussiert. Und das müssen sie auch sagen, denn zweite Partie zu Hause, die nächsten beiden Partien finden in Graz statt. Und hier vor heimischer Kulisse sollte das heute funktionieren. Und für Graz ist es genau das Gegenteil Heute nochmal ein Auswärtssieg Und man könnte zu Hause schon alles fix machen Das wäre der absolute Wahnsinn Die Grazer, sie hoffen auf eine Playoff-Halbfinal-Teilnahme Sie hoffen, dass man ins Halbfinale kommt und jetzt kriegt man erstmal die Überzahl denn die Strafzeit gegen die Wiener erstmal ausgesprochen und es trifft da die Nummer 12 und zwar Kyle Vaughan der in Toronto geborene Kanadier jetzt also für zwei Minuten draußen so weiter geht's White King der ehemalige Spieler der Los Angeles Kings gerade für mich als Kings-Fan ist das natürlich immer wieder eine Besonderheit Golden bekommt die Scheibe über Dorian wieder nach draußen gut gemacht gutes Defensivspiel in guter Zahl und die Hälfte des ersten Durchgangs ist fast vorbei die Grazer sie kommen über Dwight gegen und da ist es ein guter Spielzug und dann ist es Philipp Lindner der Innsbrucker der da die Grazer in Führung bringt 24 Jahre jung aber schon zweimaliger Evil-Champion nämlich 15-15 und 15-16 jeweils mit Red Bull Salzburg damals war es ja noch der IC Salzburg Doppel da Evil-Champion und seit ja dieser Saison bei den Grazern hat unterschrieben bereits für 2021 wird also auch kommende Saison in Graz spielen und hier macht er die Führung zum 1-0 für die Gäste in dieser zweiten Partie der Grazer das Lone abgefälscht und der war gefährlich für Wurst aber Nilsdorp der Schwede sorgt hier für Sicherheit im eigenen Kasten na die Wiener sie brauchen den Erfolg sie brauchen die positiven Nachrichten das ist ansonsten eine schwere Serie sehr schön gemacht gut abgefangen nächste Schussgelegenheit über Kofler zieht gleich nach Bauer setzt sich durch jetzt für Wien die Gelegenheit und wieder Nilsdorp mit einer Riesenparade und auf der anderen Seite Setzinger kann er sich durchsetzen? Sapolsky also offenes Visier hier bei beiden Teams Kierschläger kriegt sich die Scheibe da nochmal nach vorne Modera kommt nicht vor Hackel ran Peter es ist und es bleibt umkämpft aber Graz aktuell mit ein bisschen mehr Zug zum Tor Wien versucht da die Scheibe immer wieder nach vorne zu bekommen so wie jetzt nächste Gelegenheit aber wieder Nilsdorp und Modera probiert es mit einem Pferdschuss Kevin Modera in Graz geboren 30 Jahre Jung auch er wird kommende Saison noch in Graz auflaufen Vertrag steht Ermonte geht über die Außen kann sich an der Bande da nicht durchsetzen Lackos stärker und auf einmal Vukovic dann wieder fast alleine von Nilsdorp und den hätte er reinbringen müssen den hätte er wirklich reinbringen müssen das war nicht die beste Option die Nilsdorp da oder die die Wiener da gezogen haben 7 zu 4 Schüsse für die 99ers und sie sind auf einem guten Weg Kichten Patel sehr schön gemacht da ist Egger versucht die Scheibe gut zu verteilen King of Hamilton abgefälscht aber dann der Block vom defensiven der Kärptels Oleg Schuk sie probieren es jetzt aber Wien weiter standhaft in der defensive Hartl kommt dann nach vorne kann die Scheibe mitnehmen aber Oleg Schuk und auch das zieht wieder die Strafzellen nach sich und es trifft erneut die Kärptels die nächsten zwei Minuten wieder die Riesengelegenheit jetzt für die 99ers Modera Scheibe bleibt drin aber Weihager steht falsch Hoberg Graz tut sie schwer die Scheibe hier rein zu bekommen und Modera Weihager Scheibe bleibt Abfälschversuch wieder von Modera der heute sehr auffällig ist Zalewski jetzt aber erstmal die Befreiung 45 Sekunden noch dann die Kärptels wieder komplett Zalewski boah das gibt die Strafzell gegen Graz Rüdes einsteigen und das führt dazu dass jetzt auch die Grazer die Nutzerzahl sind es trifft die Nummer 7 Robin Weihager ganz ganz bitter ganz ganz bitter 4 gegen 4 für 15 Sekunden und dann eine Minute 45 die Überzahl Fliegerskriber Oberkufler Scheibe jetzt einfach vorne halten Sapolsky gibt den Puck ab Olden Hackel Svors Johansson bringt die Scheibe nach vorne etwas weniger als eine Minute noch die Überzahl für Wien aber die können bislang nichts draus machen bislang tut man sich weiterhin schwer kommt nicht so wirklich in diese Partie hinein jetzt vielleicht über Hasel aber auch hier wieder der Check Scheibe kann nicht kontrolliert werden gut nachgesetzt Dorian da ist Kichten da ist Olden wann kommt der Abschluss Dorian Hartl wieder auf Olden Dorian Scheibe läuft ganz gut aber der Abschluss das ist das was man braucht Holzapfel und der war ja zu wenig am Ende jetzt aber die Gelegenheit wir kommen nicht an die Scheibe ran Wien macht da ordentlich Druck auch hier wieder Hartl nochmal aber sie treffen das Tor nicht Holzapfel Egger verwickelt da den Rander an den Stürmer in den Zweikampf wir kommen nicht mehr raus nur noch die Kärptels am Zug jetzt aber Missverständnis unendlich die Befreiung der Grazer aber Dwight King wird da gedouppelt und dann ist Fischer alleine vorm Tor Johansson kommt und wieder Riesenglück gehabt sehr schön aber es bleibt beim knappen 1 zu 0 5 Minuten noch im zweiten Durchgang Fischer gegen Kirschläger Lakos Schöne Scheibe auf Rotter Großlärcher und jetzt nochmal die Wiener aber wieder ist es Nilsdorf zeigt heute wirklich einen überragenden Job exzellent und Modera kommt wieder nicht durch zerfahrene Partie enge Partie die man nicht wirklich einer Mannschaft zusprechen kann bislang dieser eine Treffer macht eben den Unterschied in einer Partie die ansonsten relativ ausgeglichen ist nachgesetzt Weihager Lindner nochmal gute Schussposition aber wir gehen auch in die zweite Drittelpause mit dem Ergebnis 1 zu 0 4 Tore mehr durften wir in Partie 1 sehen bislang ist es noch nicht das Spiel was beide sich so wünschen Oleg Schuk gegen Holzapfel Lampoli Punkt letztes Drittel reingeht's 20 Minuten noch für die Kerbel 20 Minuten noch für die 99ers schöner Dicklift White King da von der Scheibe getrennt Oh Leck Schuk Feinfühlig mit dem Schläger auf Hamilton gute Reingabe und Kranz geblockt von Olden Artel wieder Olden da ist Dorian Holzapfel Dorian Scheibe ist raus abseits angezeigt zumindest passiv und wieder die Wiener Artacek Dorian kann er sich durchsetzen er macht's und das kam aus dem Nichts aber das brauchen sie jetzt genau solche Gelegenheiten mag André Dorian der Verteidiger aus Saint-Hubert aus Quebec Canada mit seinen 33 Jahren bringt er hier die Wiener wieder zurück in die Spur 1 zu 1 14 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit We hat jetzt die Nase vor Sapolsky kann den Schuss abwehren von Sebastian Kohlberg einer der fünf schwedischen Spieler die man auf Grazer Seite nutzt Nils Torb im Tor der Schwede Karl Johansson in der Verteidigung und Robin Weihager ebenfalls Verteidiger und dann die beiden Offensiven Sebastian Kolder und Joachim Hilding vertraut also auf die Kraft der Tricronor wie wir sie immer liebevoll nennen bei der Eishockey Weltmeisterschaft ja auch im Mai wieder ausgespielt wird auf meinem Kanal leider nur virtuell aufgrund der Corona Pandemie auch die Weltmeisterschaft natürlich abgesagt einzig richtiger Schritt Vorsicht und da sind wieder die Körpers und das war Aufmesserschneide das wäre die richtig gute Antwort noch mal gewesen Wien hätte die Partie gedreht und haben Zentimeter gefehlt aber die sind jetzt völlig von der Rolle Spiel klar auf Seiten der Körpers Kratz nur noch am reagieren Kofla schön reingelegt in dem letzten Augenblick wieder dazwischen gegangen Scheibe abgenommen vorsichtig und noch einmal ist es die Mannschaft Wiens die wieder für Furore sorgt vor dem Kasten von Nils Thorp wie gesagt Graz tut sich hier momentan relativ schwer jetzt vielleicht Johann Son die Scheibe noch mal rüber und es laufen die letzten beiden Spielminuten müssen wir hier in die Verlängerung gibt's hier einen Nachschlag 16 zu 14 Schüsse 8 zu 7 Bullis 1 zu 1 Tore genau das spricht dafür dass diese Partie und wahrscheinlich auch diese Serie extrem eng werden dürfte Grabowski der da versucht durchzukommen Fischer 50 Sekunden noch Pau und Schwein noch mal Fischer da ist Dori ja der hat schon für Seite 1 gesorgt und wenn er hier 2 1 macht Game Winning Goal aber bei Graz läuft nicht mehr viel zusammen die Pässe stimmen aktuell nicht vorne geht überhaupt nichts mehr nur noch die Capitals am Zug vielleicht noch eine Gelegenheit Graz kann die Mannschaft nicht von der Scheibe trennen gibt's nicht Wien aktuell völlig von der Rolle aber sieht alles nach Nowver Temmels und so ist es 1 zu 1 noch 60 Minuten und wer hätte das gedacht 16 zu 16 ausgeglichene Partie mittlerweile die aber in den letzten Minuten deutlich von den Capitals bestimmt wurde und noch einmal heißt es Oleg Schuck gegen Holzapfel der Anfangspulli dieses Drittels und da ist die Chance für die 99ers Kranz jetzt kommt es natürlich drauf an ein Treffer trennt das jeweilige Team vom Sieg entweder die 2 zu 0 Führung für die 99ers oder aber der Serienausgleich durch die Capitals Vorsicht Tartor Olden und White King hat im ersten Spiel zum 1 zu 0 getroffen und Holzapfel der Nachschlag der kann sich sehen lassen noch einmal die Capitals wo ist die Scheibe und sie ist noch nicht aber der Schiedsrichter sagt nein jetzt bin ich gespannt Scheibe tatsächlich noch nicht begraben und meiner Meinung nach auch keine extreme teute Behinderung weshalb man eigentlich den Treffer gelten lassen könnte aber er zählt nicht Glück für die 99ers die jetzt wieder ein bisschen mehr machen müssen mehr in die Offensive investieren aber da kommt nichts mehr an die Pässe jetzt völlig fehl am Platz und die Hälfte der Overtime der ersten ist bald vorbei da ist Salewski da ist Flott da ist Bohn und wir kriegen die Scheibe wieder nicht weg kann doch nicht wahr sein jetzt vielleicht Weihager schneller Antritt von Robin Weihager wieso der und ruckzuck wieder die Kontermöglichkeit Bauer die Zuordnung sie stimmt überhaupt nicht bei bei den Kratzern machen sich damit das Leben nur selber schwer aber auch im Angriff kommt nicht mehr viel Pfingendes vorsichtig Kühlschläger wichtig dass er da dran kommt Setzinger jetzt vielleicht noch mal die Gelegenheit aber das sieht aus als wird sie eine längere Partie aus 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 jetzt die Chance schön wie er sich da lösen konnte, nö, wieder nix, das ist doch nicht zu fassen und was war das für eine bogen lampe schwer zu sehen der goalie schon am boden und dann ist es die entscheidung und wie ein gleicher aus in der serie kimpft sich zurück und das war richtig bitter hier noch mal zu sehen die scheibe springt wird abgefälscht von der nummer 9 der 99ers von matt gaboski und das war ein bitteres gegentor aber wir gucken natürlich auf die aktuellen serienstände und 26 19 ist natürlich dann schon bezeichnend für das dass man zu beginn des spiels eigentlich die zügel in der hand hatte also foxes 90 1 1 2 0 villach gegen red bull salzburg 1 1 setzt die capitals gegen graz und klagenfurt linz weiter 0 zu 1 diese partie sehen wir demnächst und wenn es euch gefallen hat würde ich mich natürlich über domo sehr freuen ansonsten sage ich danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal euer bloody lp